Ja, es ist schon ein bisschen komisch, vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch so mitbekommen hat, was da gerade momentan los ist. So gutes, so großes Verständnis habe ich dafür nicht, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und ich denke, wir werden alles, oder ich glaube, das ganze Team drumherum wird alles Menschenmögliche tun, damit wir so wenig wie möglich Kontakt haben. Im Endeffekt wird es ganz wichtig sein, dass wir eine emotionale Bindung zu dem Bewerb aufbauen, weil es einfach darum geht, in das Viertelfinale einzuziehen, dass dann ein Turnierform stattfindet, hier in Deutschland. Natürlich eine außergewöhnliche Situation, aber es wird wichtig sein, dass wir hier mit großer Begeisterung und mit großer Emotionalität auftreten, obwohl, und das stimmt, das sicher nicht ganz so einfach ist. Ja, das Spiel hat eigentlich alles gezeigt, wie Donetsk spielt. Ja, eine fußballerisch, technisch sehr, sehr gute Mannschaft. Das ist eine, auch auf internationaler Bühne, sehr, sehr erfahrene Mannschaft. All diese Kleinigkeiten, wo wir Chancen für uns sehen, wird wichtig sein, dass wir die zu unseren Gunsten ausnutzen und eben ihre Offensive, die eigentlich so gut wie in jedem Spiel trifft, dass wir die bestmöglich in Schach halten. Aber Ausgangsposition ist natürlich auch klar. Wir müssen zwei Tore schießen und ich sage mal, selbst wenn wir dann eins bekommen, sind wir immer noch in der Verlängerung. Und deswegen werden wir nach vorne spielen.